Der Eintracht scheint diesen Spieler so gut wie weit weg von der SGE zu schieben und auf Seiten des Eintracht ist es entscheidend, eine ordentliche Geldsumme für den Verkauf zu bekommen. Aber keine Sorge, du wirst nicht glauben, von wem wir sprechen. Die Fans sind einverstanden und unterstützen voll und ganz, dass er entlassen und so schnell wie möglich gehen soll. Bevor ich es dir verrate, überprüfe bitte, ob du bereits für den Kanal angemeldet bist und die Benachrichtigungen aktiviert hast, damit du keine Neuigkeiten aus erster Hand verpasst. Die Zukunft von Jessigen Gangkam scheint nicht mehr in Mainz zu liegen. Laut dem Kicker neigt sich das Leihgeschäft von Eintracht Frankfurt mit Mainz 05 dem Ende zu, ohne Aussicht auf eine Verlängerung. Darüber hinaus gibt es Unsicherheit darüber, ob der Stürmer wieder für den Verein aus Rheinhessen spielen wird. In der vergangenen Woche erlitt der 23-jährige Spieler eine Muskelschwäche im Oberschenkel, über deren Genesungszeit Mainz noch keine genauen Angaben gemacht hat. Der Kicker berichtet, dass ein Gangkam auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Bisher hat der Stürmer nur 179 Minuten in Wettbewerben absolviert. Sein Vertrag mit Eintracht Frankfurt läuft bis 2028. Adlerträger, erzähle mir in den Kommentaren, ob du zu den Fans gehörst, die wollen, dass ein Gangkam so schnell wie möglich von Eintracht geht, damit ein anderer Spieler mit mehr Können und Bedeutung für den Verein kommen kann. Ja oder nein? Sag mir deine ehrliche Meinung. Hier sind wir eine Gemeinschaft und können über die Nachricht sprechen, was immer du willst. Vergiss nicht, das Video zu leaken, um den Verein zu unterstützen. Melde dich jetzt an und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine Neuigkeiten verpasst, die du nur hier aus erster Hand bekommst. Ich erwarte dich im nächsten Video. Und wenn ich du wäre, würde ich es auf keinen Fall verpassen. Bis dann!